Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Aktuellen Schätzungen zufolge verdoppelt sich das Wissen der Welt mittlerweile alle fünf bis zwölf Jahre, wobei sich die Rate noch immer weiter erhöht. Noch schneller rast der technische Fortschritt. Darin stecken viele Chancen, aber auch Herausforderungen für Unternehmen. Wenn es um ihre Belegschaft geht, dann arbeiten viele Organisationen immer noch mit einer Denkweise des 20. Jahrhunderts, kritisiert Dr. Daniel Nummer, er ist CEO von Predict Army. Herr Dr. Nummer, welche ist denn die Denkweise des 20. Jahrhunderts, die allmählich abgelaufen sein sollte? Jeder Zeitraum, Herr Martin, hat natürlich eigene Geflogenheiten. Und ich denke, was heute immer noch sehr stark vertreten ist, ist der typische Terrorismus. Also sehr, sehr stark hierarchiegetriebene Strukturen, sehr prozessorientiert, was sicherlich in vielen Belangen heutzutage nicht mehr der Welt entspricht. Das heißt, die Welt wird immer komplexer. Sie ist für uns alle auch schneller geworden. Und für den Mittelstand bedeutet das, dass man eher in dynamischen Netzwerken intern arbeiten muss, als über die reine Hierarchie von oben nach unten, von unten nach oben. Welche Faktoren haben denn dazu geführt, dass sich das so verändert hat? Also Geschäftswelt, vor allem Mittelstand und was bedeutet das dann für die Unternehmen jetzt? Zunächst mal bedeutet es, dass ein Unternehmen sich in einem Druckzustand fühlt. Da kommt Druck von außen. Das generiert im Regelfall dann auch Druck von innen, weil man natürlich mittlerweile sehr schnell auf bestimmte Veränderungen im Markt reagieren muss. Es gibt einen Kostendruck, der dann auch wieder kompensiert werden muss über Innovation. Und wenn ich natürlich jetzt sehr, sehr stark traditionsgetrieben bin oder sehr, sehr stark in eigenen Prozessstrukturen verhaftet bin, dann ist das natürlich schädlich gegenüber der innovativen Denkweise, die es benötigt, um möglichst qualitativ hochwertige Dienstleistungen oder Produkte im Markt zu etablieren und dann auch schnell zu reagieren, wenn Änderungen von außen getrieben werden. Also Geschwindigkeit ist ein Thema und sicherlich auch die Frage an das Unternehmen selbst, welche Regeln, die wir haben, können wir auch wegfallen lassen, um wieder etwas schneller und innovativer zu werden. Dazu muss ja jemand erstmal bereit sein oder darauf kommen. Ist das nicht die Schwierigkeit? Also wenn dieselben Menschen in Unternehmen sitzen, während sich aber die Welt wandelt, dann ist es ja schwierig, wahrscheinlich darauf zu kommen, Mensch, wir müssen uns verändern. Ja, die treibende Kraft bei diesem Gedankengang muss natürlich sein, dass man feststellt, dass der Druck von außen kompensiert werden muss. Das heißt, man muss sich sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigen. Also man muss sich Zeit dafür nehmen, nicht nur am Produkt und an der Dienstleistung oder an der Produktionskette zu arbeiten, sondern wir haben hier ein Thema mit den Menschen im Betrieb. Es muss also jedem Unternehmer klar sein, dass das größte Kapital, das er in den Händen oder sie in den Händen hält, immer auch die Menschen sind, die im Unternehmen arbeiten. Das sind letzten Endes die, die mit in den Wandel einbezogen werden wollen und müssen, damit eine Art von Wandel auch erfolgreich gestaltet werden kann. Ja, Sie sprechen da teilweise von einem menschlichen Ökosystem, was sehr fragil, sensibel dann klingt. Ja, ein Ökosystem ist in meinen Augen ein sehr, sehr greifbares Bild für das, was im Unternehmen tatsächlich passiert und was auch von Bedeutung ist. Das sind einzelne Komponenten, Lebewesen, die miteinander in Interaktion kommen, und zwar jeden Tag. Und diese Mitarbeiter, Führungskräfte, die Geschäftsführung und auch die Menschen, die dann außen, außerhalb dieses Ökosystems interagieren, die müssen in einen Einklang gebracht werden, sodass das System in sich stabil wachsen kann, gesund ist und auch eine Fähigkeit besitzt, auch gegen äußere negative Reize sich zu wehren. Zusätzlich ist natürlich auch wichtig, dass man das eigene Ökosystem kennt, denn nur dann kann man neue Pflanzen, neue Mitarbeiter in den richtigen Boden einsetzen und die dann auch auf Basis ihrer eigenen Kompetenzen zum Wachstum zu bringen. Also es geht um Erkennen, Entwickeln des Systems und dann das Unternehmen damit zu kultivieren. Sie haben in Untersuchungen festgestellt, Unternehmen suchen nach Mitarbeitern, und das muss ich dann jetzt mal ablesen, mit unternehmensweiten und kooperativen Fähigkeiten, mit ausgeprägtem Verständnis für das Geschäft, mit der Fähigkeit, Chaos zu verstehen, der Fähigkeit, sich an veränderte Situationen anzupassen, haben Sie gerade erwähnt, und die Selbstbestimmung suchen, was ja eine ganze Menge ist. Wissen die Unternehmen das, oder ist das mehr ein Subtext, also haben Sie das herausgefunden, aber den Unternehmen ist das gar nicht so klar? Ich denke, es ist eine Mischung aus beiden Feststellungen. Zunächst mal glaube ich sehr wohl, dass die Unternehmen spüren, was da passiert und dass man eben Mitarbeiter braucht, die dynamisch, flexibel agieren. Man spricht ja auch hin und wieder von einer eierlegenden Wollmilchsau, die man gerne im Unternehmen an allen Stellen wiederfinden will. Das funktioniert so natürlich nicht. Aber was funktioniert, ist, dass wenn man diese Situation begriffen hat, wenn man sich kontinuierlich mit der Entwicklung dieses Systems, also der Führungskräfte, der Prozesse und der Strukturen beschäftigt, also Organisationsentwicklung betreibt, dann hat man eine sehr gesunde Basis, um Menschen in den jeweiligen Positionen so auszubilden und so zu entwickeln, dass sie mit höchster Motivation und generell auch mit hohem Engagement ausgestattet sind. Und das ist dann wiederum ein großer Vorteil für den wirtschaftlichen Zweck des Unternehmens. Ja. Dann erwähnen Sie auch die Bedeutung von ergebnisorientierter Ausführungen, strategischer Talententwicklung, Talentplanung. Wie können Unternehmen die Komponenten in ihre Personalstrategie integrieren? Klingt auch nach einigem Aufwand, nach einigem mehr, als er vielleicht bisher betrieben wurde. Ja, genau. Also dieses System, das Ökosystem für sich zu erkennen und das natürlich auch kontinuierlich zu steuern und zu lenken, das kostet Zeit. Und weil wir genau wissen, dass Unternehmen genau diese Zeit nicht haben, haben wir ein System entwickelt, mit dem das Unternehmen zunächst mal befähigt wird, kontinuierlich wie eine eigene Fieberkurve zu erkennen, wo befinde ich mich im Ökosystem. Gibt es Bestandteile im Unternehmen, die verbessert werden müssen, die gefördert werden müssen. Gibt es alte Regeln, die wir wegfallen lassen, damit wir wieder innovativer werden. Also dieses System erkennt quasi wie ein Frühwarnsystem, wie es dem Unternehmen geht und gibt dann auch Vorschläge, wie das Unternehmen sich weiterentwickelt. Und die Menschen bei Prediktarmee kümmern sich dann darum, dass wir sozusagen unterstützen von Mensch zu Mensch und dass wir auch die entsprechenden Inhalte und das Wissen mit auf den Weg geben, um kontinuierlich jeden Tag ein Stück besser zu werden. Okay, weil kontinuierlich und jeden Tag kommt man auch auf Fortbildung, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung von Mitarbeitern, gerade Mittelstand, wichtiges Thema. Was meinen Sie denn, welche Lernmethoden jetzt eingesetzt werden sollten? Also es gibt natürlich noch klassische Seminare, Workshops und so weiter, wird es sicherlich auch immer geben. Aber wie können Unternehmen wirklich ihre Mitarbeiter auf die aktuellen Herausforderungen vorbereiten oder damit intensiv arbeiten? Oberste Priorität hat natürlich das Lernen im Unternehmen. Wir sehen im Umfeld, dass ganz, ganz viel passiert derzeit, gesellschaftlich, aber eben auch Herausforderungen, die auf jedes Unternehmen in irgendeiner Art und Weise zukommen. Und da ist es wichtig, dass die Belegschaft sich kontinuierlich weiterbildet und von oberster Bedeutung dabei ist, einen kontinuierlichen Ansatz zu wählen. Da sind ganz viele Individuen in diesem Ökosystem und die lernen natürlich auch auf ganz unterschiedliche Varianten. Das heißt, es ist wichtig, in regelmäßigen Abständen zu lernen. Also nicht so, wie man das kennt häufig, man macht einen Zwei-Tages-Workshop und vergisst dann nach dem Wochenende montags komplett, was man eigentlich gelernt hat, weil so viele Aufgaben auf einen warten. Also kontinuierlich muss es sein und abwechslungsreich. Man könnte auch sagen, spielerisch Wissen zu vermitteln, ist für uns eine ganz, ganz wichtige Methodik, um tatsächlich Unternehmen nachhaltig zu helfen. Denn nur ein stabiles Ökosystem kann auch jeden Tag lernen. Vielen Dank, Herr Dr. Nummer. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.